Und einmal einen Raum für den zweiten Platz hier. Wow! Das gibt's ja nicht! Okay, das war jetzt ein bisschen reingeschossen, aber war lustig. Oh, dicker! Und man merkt schon im Anflug, das sieht anders aus, das stimmt irgendwas nicht. Ah, guck mal, da haben wir schon einen, zumindest nicht alleine hier. Oh je, okay. Und die Felsen sehen deutlich felsiger aus. Und Leute, schaut euch dieses Auto an. Wie geil ist das bitte? Sagt es mir. Wie geil wurde das gemacht? Entweder kommt er da, oder ich komme. Was? Okay, ich frage mich, ob ich hier mal kleiden kann, weil wir sind gerade ein bisschen höher gelegen. Es kann hin... Komm! Das klappt super ganz gut. Ja, ist doch super. Schaut mal an. Nein! Nein! Das war doch so perfekt. Blödiger. Ne, 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 ne. Das war's für heute. Jetzt. 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 Leute. Ich sterbe! Alter Jungen. Vielen Dank.